jetzt ist nur die frage muss ich darauf dass sollte ich auf das rote gehen oder ich kann ja eigentlich nur auf das rote gehen aber bei dem roten kommt ja nichts an das blaue geht hier in den gelben es kommt ja da nichts an wir müssen da auf jeden fall auf das wir müssen auf das gelbe kommen das hier ist eigentlich egal wenn ich das gerade richtig sie nein das mal kurz auf seite das war aber auch ein hin und her hier so dann nur einmal den weg zurück gar kein problem ich wollte nur mal kurz durch dann können wir mich hier hoch das licht holen und das war der letzte verloren wenn ich mich nicht vollkommen irre als ich bin vollkommen irre aber ich glaube das stimmt so die zurückgelassen kein problem immer immer selber entscheiden niemals irgendwelche entscheidungen vorsagen lassen jetzt ist nur die frage wie zum teufel komme ich da hoch weil das kann ja keine verarsche sein oder das muss schon irgendwie aber warum ist hier so ein was sollte ich habe da so eine idee entweder ist es das so jetzt aber dann haben wir nämlich auch diese kiste der wanderer ist der waldkönig glaube ich das ding ist halt bei den anderen vögeln hast du gesehen dass das dass das gluten sind bei dem waldkönig der ist halt schon vielleicht ist er schon so lange hier dass man ihm seine glutenhaftigkeit nicht mehr ansieht sprich also praktisch als äquivalent zu seiner menschlichkeit das ist natürlich durchaus möglich wie aber auch sehr traurig andererseits ja die ganze geschichte ist eigentlich ein bisschen traurig so wir legen mal an denn das war der letzte verlorene oh guck mal wie glücklich sie alle sind so zusammen vereint oh schön ja ich dachte meine reise liegt jetzt hinter mir was waren das bis jetzt okay freut mich du bist ein guter geist ein richtig guter geist oh man nicht die nächste dunkle höhle lass mich hier am feuer du bist du bist ich du bist du bist du bist du bist wollen wird. Warum auch? Er hat die ganze Zeit versucht uns aufzuhalten, aber er war auch der Meinung, es gibt keine Hoffnung. Vielleicht können wir ihn einfach eines Besseren belehren. Mit dem, was wir bis jetzt geschafft haben. Das Problem ist bloß, was ich halt sehe, was mich ein bisschen ärgert. Es fehlen noch zwei Seiten, bitte sag mir, ich krieg die noch. Okay. Warum nicht? Jeder soll seinen eigenen Weg gehen. Hier ist auch sonst nichts versteckt. Das ist der Aufzug nach oben. Wir haben jetzt nur noch den König vor uns. Und ich denke, das war es dann schon. Ja, die Tür ist offen. Die Vögel sind weg, aber die Embers sind da. Was hat das zu bedeuten? Ich meine, das kann kein gutes Zeichen sein, ne? Warte, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Ich gehe noch nicht rein, ne? Ich schnacke hier erst mal. Ja. Wer? Wer? Er schaut nach uns jetzt. Was machen wir? Ich bin nicht die realen Zähne. Ich habe nur Zähne-Zähne-Zähne. Ach. Er ist nicht sogar ein realer Zähne. Sie schaut nach ihnen jetzt. Was haltet ihr davon, eure Dummklamotten auszuziehen? Warum kann ich... Dumm aus Interesse. Weil... Warum kann ich das? Okay, ist derselbe Weg? Was ich einmal ganz kurz gucken möchte. Da geht es nämlich runter, habe ich gerade gesehen. Vielleicht... eine letzte Seite. Oh, bitte lass es... die vorletzte sein. Ich will noch eine finden. This is the promised home. I have nothing to resolve. Close the gates. Keep all lost souls safe. Im Großen und Ganzen hat er auf jeden Fall den anderen verloren. Ja, hier zumindest irgendwie ein Zuhause gegeben und eine Aussicht auf ein Zuhause. Also, pass mal auf. Geht es auf der Seite zufälligerweise auch runter? Das wäre gerade Optimum. Weil, dann könnte da vielleicht auch nochmal was sein. Versteckt. Da runter. Ich will da runter. Oh, bitte sag mir, dass da drin noch eine ist. Hallo? Er war auch nur verlorener. Bloß in der großen Maschine, klar. Es fühlte sich nicht wirklich. The forest king wasn't real. Dachte ich mir. War er etwa gefangen in seiner eigenen Maschine? Nee, es gab einen Ausweg. Okay. Da ist ein Boot in dem Stein und das letzte Feuer. Die ghost spoke. Brave little one. Few have made this journey. This is the last campfire. Your path ahead is clear. What you do now is yours to decide. Ich möchte anderen helfen. Grundsätzlich will ich anderen helfen. This is the end of the path. You have helped all who can be helped. It is time to complete your own journey. Na dann wollen wir unsere Reise beenden. The boat is waiting but it belongs to another. Noch einer. Na, der König. Und das war bestimmt der Rote. The father was not so straight as yours. Seek the mounts before you move on. Mit Sicherheit der Rote, der uns die ganze Zeit beobachtet hat und das war der Vogel. In the clearing Ember hoped to find answers. Behind the Forest Kings Puppetry was the wanderer in the red cloak. The stranger spoke. Why didn't you stop? Why don't you see? This is all there is. Just the end. What hope can there be in that? The stranger had dropped their mask. Ember knew they spoke the truth. The path goes nowhere but we sail on regardless. Slipping beyond the horizon one after the other. I couldn't bear it. In the end I destroyed the boats. What have I done? Slowly the stranger withdrew. I wanted to be a lighthouse for others. How do you save others once your light has gone out? Kann ich ihn retten? Ja. Ich kann ihm sein Licht zurückgeben. Die letzte Hoffnung. The wonder's thoughts had become twisted. Ich muss gucken. Ich weiß nicht ob das das Richtige ist. Ich hoffe einfach dass das der richtige Weg ist. Aber ich hab sein ich hab sein Licht also scheint das der richtige Weg zu sein. Ich glaub es war halt zumindest keine böse Absicht. Also irgendwie ich kann ihm halt ehrlich gesagt überhaupt nicht böse sein. So überhaupt nicht. Ich glaub das war ein ganz lieber. Das war ein ganz lieber. Ich czegos bin. für Wörter. Als ich dieses Ort erreicht habe, konnte ich die Wahrheit sehen. Das ist alles, was es gibt. Es ist nichts, das kommt... Wie hast du das? Ich bin nicht bereit. Es ist eine Kombination aus beidem halt. Du gibst anderen deine Hoffnung, was dir so ein bisschen Hoffnung... Also, was heißt, es nimmt nicht deine Hoffnung, aber es schwächt sie so ein bisschen. Sie hatten halt nicht mehr die Kraft. Und wenn du weniger Kraft hast, dann machst du halt einfach weiter. Ich habe zurückgekehrt. Ich versuchte, die anderen zu stoppen. Du hast ein kleines Husten. Was ein Husten das war. Weil du hoffst, du versuchst, du verlierst... und dann... nichts mehr. Doch, dann machst du einfach weiter. Das ist genau der Punkt. Es bedeutet was, dass wir es versuchen. Es bedeutet was, dass wir dabei scheitern. Es bedeutet was, dass wir Hoffnung haben. Also das hier finde ich nicht, weil... Ich finde es ist kein Scheitern, wenn wir es halt versuchen. Weißt du, und wir versuchen es, weil wir Hoffnung haben. Und wir haben Hoffnung, weil wir es versuchen. Das hier nehme ich komplett raus. Aber... Das hier, ne? Wir versuchen es ja, weil wir Hoffnung haben. Und deshalb... Es bedeutet was, dass wir es versuchen. Ich dachte, ich würde sie schützen, dass sie Hoffnung verlieren würden, wenn sie es wussten. Aber ohne eine Ende, haben sie auch Hoffnung verloren. Der Wanderer nahm einen Ratsch. Gib mir deine letzte Seite. Bitte. Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte, es würde irgendwo gehen. Es bedeutet was. Ember pausierte. Es ist okay, Angst zu haben. Es ist okay, Angst zu haben. Es kommt auf den Weg an. Es ist okay, Angst zu haben. Manchmal finde ich, ist das auch wichtig. Ich habe es geschafft. Ich muss nicht weiter gehen. Nur mein Boot bleibt. Geh mein All. Endlich deine Reise. Geh dieses Ort. Ember knew the end lay ahead. Können wir uns nicht zusammen in das Boot setzen? Sind sie noch mehr bereit, als der Wanderer? Ja, genau. Wir quetschen uns zusammen rein. Setz dich auf meinen Schoß. Und gib mir deine letzte Seite. Siehste, genug Platz für zwei. Baut euch ein Boot. Kommt nach. Da ist noch ein Roboter für euch. Der kann Boote bauen. Der kann Boote bauen. Ich habe ihn mit meinem Schoß. Ich habe ihn mit dem Schoß. Ich habe ihn mit dem Schoß. Ich habe ihn mit den Schoß. Na siehste, die haben alle Boote und jetzt kommen sie auch. Bis zum nächsten Mal. Und diesmal kommen sie auch aus allen Richtungen. Ach schön. Niemand wird zurückgelassen. Das ist wunderschön. Oh, geiles Spiel. Und eins vorweg, wir haben es tatsächlich auf 100%. Aber, und das fuchst mich sehr, mir fehlt eine Tagebuchseite. Eine einzige. Aber ich werde jetzt nicht mehr suchen. Warum auch? Wir wissen, wer der Wanderer ist, beziehungsweise war. Wir wissen, wer der Waldkönig war, ist, was er ist vor allem. Wir haben alle Seelen gerettet. Und vielleicht auch ein bisschen was für sein eigenes Leben mitgenommen. Es reicht, wenn er eine Hoffnung hat, weil damit kann er allen anderen so ein bisschen Hoffnung abgeben. Ah, super, super schönes Spiel. Super geile Rätsel. Nicht zu schwer. Bei manchen musste ich halt ein bisschen länger nachdenken. Oder rumprobieren. Oh, ohne Scheiß. Ich bin jetzt übelst Fanboy. Wenn ihr das Spiel noch nicht habt, bitte, 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 bitte. Investiert die paar Euros. Und gönnt euch das einfach. So, da wieder die besonderen Danksagungen. Die vergessen jedes Mal, dich reinzuschreiben. Also, die anderen Zuschauer natürlich auch. Aber ausgerechnet dich meine ich. Der bis jetzt alles angeschaut hat. Müsste da auch mitstehen. Dein Name. Denk ihn einfach mit dazu. Ich glaube, ich schmeiße die Switch an und spiele es gleich nochmal. Was total behindert ist. Warum kaufe ich mir eigentlich zweimal dasselbe Spiel? Ich überlege gerade. Habe ich noch eine Konsole für die, wo ich mir das nochmal zusätzlich holen kann? Weil ich einfach auch die Entwickler nochmal unterstützen möchte. Bitte, nehmt mein Geld und macht mehr davon. Also gerne. Noch viel, viel, viel mehr. Bitte, 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 bitte. Und auch angenehm kurze Credits. Da sieht man, es stecken halt nicht viele Leute hinter dem Spiel. Und trotzdem ist sowas Wunder, Wunder, Wunderschönes rausgekommen. Und ich muss auch sagen, auch die Erzählerstimme der netten Dame. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geschaut. Entschuldigung. Super, super angenehm. Und es bricht dem Ganzen auch überhaupt keinen Zacken aus der Krone, dass die Sprachausgaben nur auf Englisch ist. Man würde sich das vielleicht so ein bisschen auf Deutsch wünschen, klar. Aber ich glaube, eine deutsche Stimme würde diese Stimmung nicht rüberbringen. Nun gut. Dann würde ich sagen, erstmal für alle, die bei YouTube zugeschaut haben, vielen, vielen lieben Dank. Wenn das hier rauskommt, ist wahrscheinlich sehr viel später, als ich das gestreamt und aufgenommen habe. Ich denke, das wird so ein bisschen Lückenfüller sein, wenn mein kleiner Nachwuchs da ist. Weil da habe ich wenig Zeit zum Aufnehmen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne auch mal ein Like da. Ich sage das selten, aber ab und zu darf man das. Sagt's weiter, kauft euch das Spiel bitte. Und wir sehen uns im nächsten Game. Macht's gut.